Wir sind heute hier an unserem Erprobungsstandort in Südfrankreich angekommen. Auf der Anfahrt konnten wir jetzt schon die Fahrzeuge mal ausführlich auf öffentlichen Straßen erleben. Insbesondere auch die elektrifizierte Variante macht richtig Spaß. War schön heute herzufahren auf öffentlichen Straßen und auch die Fahrdynamik und die unterschiedlichen Ausprägungen zu erleben. Jetzt werden wir hier auf dem Gelände das Fahrzeug nochmal an die Grenzen bringen. Südfrankreich ist bekannt für hohe Außentemperaturen. Diese Umgebungsbedingungen nutzen wir natürlich, um auch mit unseren Erprobungsfahrzeugen diese Bedingungen auszusetzen und zu prüfen, ob alle Fahrzeugfunktionen, auch die Charaktereigenschaften der einzelnen Fahrzeuge auch unter diesen Temperaturen entsprechend gegeben sind. Und da sind wir jetzt sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis kriegen werden. Wir haben jetzt verschiedene Räder-Reifen-Kombinationen auf unterschiedlichen Fahrwerken getestet und auf verschiedenen Fahrzeugen auch noch neue Software aufgespielt. Und es schaut alles sehr vielversprechend aus. Wir sind jetzt am Ende der Erprobung, haben unterschiedliche Fahrwerksvarianten bewertet und freuen uns jetzt für den Kunden auf Freude am Fahren. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!